Hallo und willkommen zu einem weiteren Shadowcheck mit dem nächsten Quick Look auf die Klassen und dieses Mal geht es um den Hexenmeister. Das hier ist bekanntlich nur eine Vorschau, um euch einen Eindruck darüber zu vermitteln, auf was man sich so freuen kann, in welche Richtung es gehen soll. Aber wir befinden uns gerade am Anfang der Testphase, es kann sich also noch ein wenig was ändern. Kurz vor dem Release von Shadowlands gibt es dann nochmal richtige Übersichtsvideos mit den aktuellen Informationen. Doch nun geht es los. Wir starten wieder mit einem Blick ins Zauberbuch. Auf die allgemeine Seite heißt also, was ich jetzt sage, gilt für alle drei Ausrichtungen. Schön aufpassen, denn hier gibt es schon einige Neuheiten. Erst einmal, der Dämonische Zirkel ist eine Standardfähigkeit für alle drei Specs. Man braucht keinen Talentpunkt mehr dafür und kann sich herumteleportieren, so wie es sein sollte. Dann kehrt das Fluchsystem wieder zurück. Ein Hexenmeister kann ein Fluch auf ein Ziel machen, mehr nicht. Man muss sich also zwischen diesen vier Flüchen entscheiden. Zuerst einmal gibt es den Fluch der Schwäche, der sorgt dafür, dass die Zeit zwischen den Angriffen eines Gegners um 20% erhöht wird. Diesen kann man übrigens auch auf einen Raid-Boss wirken. Dann gibt es den Fluch der Sprachen, der sorgt dafür, dass die Zauberzeit eines Gegners um 30% erhöht wird für 30 Sekunden. Dann gibt es den Fluch der Tollkühnheit, der sorgt dafür, dass der verursachte körperliche Schaden eines Gegners um 10% zwar erhöht ist, dafür bekommt er aber auch 5% mehr Schaden. Das Ganze hält zwei Minuten lang an und diese Gegner, die damit verflucht sind, die ignorieren dann Furchteffekte und die können auch nicht aus dem Kampf entfliehen. Auch diesen Fluch kann man auf Raid-Bosse wirken. Und zu guter Letzt haben wir den Fluch der Verdammnis, was gleichzusetzen ist mit der normalen Verdammnis, nur ist das jetzt wieder der alte Name. Belegt das Ziel mit drohender Verdammnis und verursacht nach 53,1 Sekunden Schattenschaden. Wenn Fluch der Verdammnis das Ziel tötet, besteht eine Chance von 5%, eine unkontrollierte Verdammniswache zu beschwören, die 25 Sekunden lang kämpft. Vorher war diese Verdammnis ja nur für Dämonologie-Hexmeister verfügbar, jetzt können den Fluch der Verdammnis alle einsetzen. Dafür ist jetzt aber auch die Laufzeit stark erhöht. Vorher waren es etwa 27 Sekunden, jetzt sind es diese 53,1 Sekunden, also fast verdoppelt. Wieso auch immer. Klar ist, diese Flüche werden das Gameplay nicht so stark beeinflussen, aber sie sind ganz nett für das Utility-Toolkit und im PvP werden sie sicherlich auch interessant sein. Dann geht es weiter mit den Dämonenbeschwören. Hier gibt es auch eine Änderung. Vorher war die Castzeit etwa 2,5 Sekunden, jetzt sind es 5,3 Sekunden. Wieso genau? Keine Ahnung, vielleicht um Dämonologie-Hexmeister zu nerven. Dann geht es weiter auf der zweiten Seite. Hier ist erstmal Verbrennen, das ist aber eine Lüge, denn wenn man auf Gebrechen oder Dämonologie umskillt, dann ändert sich Verbrennen in Schattenblitz, also Verbrennen ist keine Standardfähigkeit für alle Specs geworden. Allerdings ist Verderbnis eine Standardfähigkeit geworden für alle, jedoch mit dem großen Unterschied, Gebrechen-Hexmeister können Verderbnis immer noch spontan machen. Dämonologie- und Zerstörungshexmeister brauchen dafür eine Castzeit von 1,8 Sekunden, weshalb das aktuelle Feedback auch ist, dass der Zauber komplett ignoriert werden kann und nicht mit in die Rotation kommt. Vielleicht soll der für die Levelphase da sein, aber mit der Castzeit ist er ziemlich unattraktiv, vor allem weil man damit nichtmals einfach so ein paar Mobs zumindest anpullen kann, indem man überall Verderbnis drauf setzt. Also aktuell eher fraglich, wieso das eine allgemeine Fähigkeit geworden ist. Ja, und das war's. Mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Allerdings gibt's bei den Talenten noch eine allgemeine Änderung, denn der Dämonische Zirkel ist ja weg. Dafür gibt's jetzt Zungenbrecher für alle. Von Fluch der Sprachen betroffene Zaubereinsätze heben auf den Zaubernden gewirkte Heilung auf und absorbieren bis zu 6 Sekunden lang die nächsten X erhaltene Heilung. Das ist ganz klar ein PvP-Talent, was dafür sorgt, dass man Heilung unterbinden kann. Ja, ist sicherlich interessant. Im Gegensatz dann zu Vor der Dunkelheit oder weltliche Ängste muss man halt schauen, ob es sich lohnt. Ich kann mir vorstellen, dass das vor allem in Arena-Matches sehr cool ist, da dadurch die Heilung halt unterbunden werden kann. Vor allem natürlich eher bei Castern, weil Fluch der Sprachen bei Melis nicht so viel nützt. Aber das kann sicherlich über Sieg oder Niederlage entscheiden. Soviel zu den allgemeinen Anpassungen. Jetzt können wir uns die Spezialisierungen ansehen und wir starten mit dem Zerstörungshexenmeister. Das können wir ganz schnell abhaken, denn beim Zerstörungshexenmeister ändert sich so gut wie nichts. Mal abgesehen von den allgemeinen Anpassungen, die nichts an der Spielweise modifizieren, gibt es hier zwei Talente, die ganz leicht verbessert wurden, nämlich Inferno und Feuer und Schwefel. Bei Inferno ist es jetzt so, dass dieses Talent zusätzlich den Schaden von Feuerregen um 20% erhöht. Das gab es vorher nicht. Und bei Feuer und Schwefel ist es nun so, dass man zwei Seelensplitterfragmente erzeugt und nicht mehr nur ein Seelensplitterfragment. Somit sollen sie etwas besser dastehen in Konkurrenz zum Kataklysmus, was ja eigentlich bisher immer so das Must-Have-Talent war. Mal sehen, ob sich das wirklich auszahlt. Kataklysmus ist halt irgendwie viel cooler, weil man damit halt auch alle Ziele mit Feuerbrand ansteckt und natürlich einiges an AOE-Schaden verursacht. Ja, mehr gibt es leider nicht zu sagen. Wer den Zerstörungshexenmeister in BFA mochte, der wird ihn auch in Shadowlands mögen. Ist ja zwar nur meine persönliche Meinung, aber soweit ich weiß, ist der Zerstörungshexenmeister einfach auch ein ganz runder Speck, der sich super spielt. Deswegen braucht es da auch nicht viele Anpassungen. Dann machen wir weiter mit dem Dermonologie-Hexenmeister. Und ich kann schon mal sagen, hier läuft es genauso wie beim Zerstörungshexenmeister. Auch bei diesem Speck starten wir direkt bei den Talenten, denn im Zauberbuch ist nichts neu. Was hier zu sehen ist, natürlich ist die Verdammnis weg, weil der Fluch der Verdammnis jetzt eine Standardfähigkeit ist. Dafür haben wir das Talent Verbesserter Fluch der Verdammnis, der lustigerweise einfach nur dafür sorgt, dass die Standardfähigkeit für die Dermonologie-Hexenmeister genauso funktioniert wie vorher, nämlich 50% verringerte Laufzeit und 100% mehr Schaden. Es ändert sich also nichts. Was sich jetzt aber ändert ist, dass die Verdammniswache, die mit etwas Glück beschworen wird, direkt automatisch versklavt ist. Joa, kann man mit leben, denke ich. Das Problem ist allerdings, dass diese Verdammniswache einfach niemals erscheint. Man hat nur eine Chance von 5%, dass sie überhaupt erscheinen kann. Und man muss dafür sorgen, dass das Ziel durch diesen Fluch der Verdammnis auch stirbt. Was im Raid niemals passieren wird, in Mythisch Plus Dungeons ist das auch eine geringe Chance wie sonst was. Deswegen nützt das eigentlich auch alles gar nichts. Ich frage mich, wieso diese Mechanik überhaupt noch drin ist. Eigentlich sollte Blizzard die mal überarbeiten, dass der Fluch der Verdammnis attraktiver wird. Jetzt setzt man ihn einfach nur drauf, weil man ihn hat. Naja, und dann gibt es eine Änderung bei Dunkler Pakt. Dieser skaliert nämlich jetzt auch mit der Zaubermacht. Man bekommt nicht mehr nur ein Schild in Höhe der geopferten Gesundheit, sondern Plus X auch noch dazu. Und dieser Wert skaliert halt wie gesagt mit der Zaubermacht, wodurch das Talent ein klein wenig stärker wird. Und zu guter Letzt wurde noch der Furore der Dunkelheit überarbeitet, oder was heißt überarbeitet, ein kleiner Zusatz wurde eingefügt. Denn der Radius der Fähigkeit wird jetzt um satte 2 Meter erhöht, was jetzt nicht unbedingt die Welt ist. Aber Zungenbrecher ist eher eine PvP-Fähigkeit und weltliche Ängste braucht man auch eher weniger im Raid und in Mythisch Plus Dungeons. Deswegen wird man sowieso den Furore der Dunkelheit wählen, um einen größeren AOE-Stun-Effekt zu haben. Ja, also auch hier nicht wirklich was Neues, was das Gameplay in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Nachdem sich das jetzt alles wahrscheinlich sehr uninteressant angehört hat, kommen wir zum Gebrechensexenmeister und hier die Lauscher auf, denn da ändert sich einiges. Die Entwickler wollen dahin zurück, dass der Gebrechensexenmeister wirklich die Dot-Klasse ist, die alles zu-dottet und dann mit ansieht, wie das Ziel jämmerlich verreckt. Tatsächlich können wir jetzt mal mit dem Zauberbuch starten, aber ihr seht schon, das ist sehr übersichtlich aufgebaut beim Gebrechensexenmeister. Trotzdem gibt es einige Änderungen und Neuheiten. Instabiles Gebrechen wurde überarbeitet. Nummero 1, man braucht keinen Seelensplitter mehr, um diese Fähigkeit einzusetzen. Nummero 2, es ist nicht mehr stapelbar, heißt also, man bekommt nur eine 10%ige Schadenserhöhung gegen das Ziel, wo instabiles Gebrechen draufgewirkt ist. Und Nummero 3, man kann das Ganze nur noch auf ein Ziel draufmachen, da unten sieht man im Tooltip Limit Doppelpunkt 1. Wenn ihr also instabiles Gebrechen auf Ziel Nummer A draufwirkt und dann auf Ziel Nummer B, dann verschwindet instabiles Gebrechen von Ziel Nummer A und geht auf B drauf. Somit nützt das Ganze in AOE-Situationen nicht mehr sehr viel. Man macht das einfach nur auf ein Ziel drauf, am besten auf das mit den meisten Lebenspunkten, wo man die primären Zauber auch drauf wirkt, um den Schaden auf andere Gegner zu splitten. Ja, dementsprechend ändert sich natürlich auch die ganze Rotation und so weiter, weil das ist hier jetzt nicht mehr der Zauber, womit man Seelensplitter verbraucht, sondern es gibt einen komplett neuen Zauber. Unheilvolle Euphorie, ein Seelensplitter wirken in 1,3 Sekunden, eure regelmäßigen Schadenseffekte brechen aus und verursachen 246 Schattenschaden pro Effekt. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, vor allem in AOE-Situationen. Ihr haut so viele Dots wie noch möglich auf alles drauf und drückt dann die ganze Zeit unheilvolle Euphorie, wodurch Schadenszahlen über Schadenszahlen überall herumfliegen. Das macht wirklich Laune. Das Ganze setzt man dann aber auch Single Target ein, denn es macht echt guten Schaden. Vor allem, wenn man natürlich viele Dots auf dem Ziel hat, doch das ist dann weniger spektakulär, denn die Animation sieht jetzt auch nicht so atemberaubend aus. Trotzdem ändert das somit die Spielweise. Was Dots angeht, ist es eh so, dass man ziemlich viele hat. Durch Paktfähigkeiten, Talente und so weiter ist es möglich, bis zu 8 Dots auf das Ziel zu machen. Und als Gebrechensextmeister wird man dann zukünftig versuchen, so viele Dots wie möglich immer zu refreshen auf dem Ziel, damit sie nicht auslaufen und währenddessen dann unheilvolle Euphorie casten, um den Schaden zu erhöhen. Ja und was ich jetzt auch noch erwähnen muss, im Klassenblock steht, dass es eine weitere Neufähigkeit gibt. Seele zermürben, eine Kanalisierungsfähigkeit, wodurch die Dots Bonusschaden machen. Die existiert jedoch gerade nicht. Dafür steht aber im Klassenblock auch, dass unheilvolle Euphorie eigentlich dafür sorgen soll, dass die Dots schneller ticken, was ja gar nicht der Fall ist. Ich gehe davon aus, dass das Ganze nochmal überarbeitet wurde und dass wir jetzt nur unheilvolle Euphorie haben, was zwar kein Kanalisierungstauber ist, was aber Bonusschaden für alle Dots verursacht. Also so eine Mischung aus den beiden Effekten, die da vorgestellt wurden. Dann werfen wir noch einen Blick ins Talentfenster. Hier gibt es nämlich auch einige Änderungen, um bestimmte Talente zu stärken. Erst einmal bei Aussaat. Das sorgt jetzt dafür, dass Saat der Verdärmnis in zusätzlich zwei Gegner eingepflanzt wird und nicht mehr nur in einen Gegner. Schattenumschlingung läuft jetzt zwölf Sekunden anstatt zehn Sekunden und die Heimsuchung läuft jetzt 18 Sekunden anstatt 15 Sekunden. Ja, ob die Talente dann in irgendeiner Art und Weise in diesen Reihen ein wenig besser sind als andere Talente, das wird sich noch zeigen. Was ich hier aber auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist, dass der üble Makel ein wenig interessanter wird aufgrund dieser neuen Euphorie-Fähigkeit, weil es dadurch natürlich möglich ist, mehr Dots auf Gegner drauf zu bringen, um dann mehr Schaden mit der unheilvollen Euphorie zu machen. Da muss man aber natürlich auch noch diverse Tests machen auf den Testservern und schauen, wie sich die Zahlen im Laufe der Testphase verändern. Definitiv könnte das Talent aber in Zukunft eine interessante Wahl für AOE-Kämpfe sein. Ja, und das war's dann auch. Das ist der neue Gebrechensechsenmeister, der echt interessant klingt. Es gibt da noch so ein paar Schwachstellen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man muss irgendwie versuchen, so viele Dots wie nur möglich auf den Gegner zu bringen, alles zu refreshen. Dann darf man natürlich auch seinen Dunkelblick nicht vergessen und muss die ganze Zeit mit Euphorie versuchen, so viele Schaden wie nur möglich aus den Gegnern rauszuquetschen. Da muss man halt echt auf Zack sein. Also das Pacing, die Geschwindigkeit dieses Specs wird noch einmal ein wenig erhöht. Und wem das gefällt, der kann sich freuen. Wer da eher nicht so der Fan ist, der dürfte seine Schwierigkeiten mit Gebrechen in Shadowlands haben. Das war's dann für die Vorschau. Denkt immer daran, das ist nur eine Vorschau. Es kann sich noch einiges ändern. Behaltet auch immer im Hinterkopf, es kommen ja noch die Paktfähigkeiten obendrauf. Es kommen noch die Conduits. Es kommen noch die Seelenbande, die ganz viele Boni und Effekte mit sich bringen, wodurch sich die Spielweise ebenfalls ein wenig verändert. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!